Heute springen wir mal in das Jahr 1982 und schauen uns an, wie die FDP den damals amtierenden Kanzler Helmut Schmidt gestürzt hat. Beziehungsweise, ich müsste ja eigentlich genauer sagen, wie ein Teil der FDP den damals amtierenden Kanzler Helmut Schmidt gestürzt hat. Denn ihr werdet im Laufe dieses Videos sehen, die FDP stand nicht geschlossen, hinter diesen Plan Schmidt zu stürzen. Nichtsdestotrotz, am Ende stand eben Helmut Kohl als neuer Kanzler da. Und was dann 1982 passiert ist, das schauen wir uns in diesem Video mal im Detail an. Und am Anfang stelle ich euch mal die Hauptpersonen etwas genauer vor. Da wäre natürlich Helmut Schmidt selbst, der fünfte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Mit vollem Namen hieß er übrigens Helmut Heinrich Waldemar Schmidt und er wurde 1918 in Hamburg geboren. Seit 1974 war er Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, er war der Nachfolger von Willy Brandt, der auch schon der SPD angehörte. Und 1982 wurde er eben gestürzt. Dann haben wir hier Hans-Dietrich Genscher. Er wurde 1927 in Reideburg geboren. Das gehört heute zu Halle an der Saale, dann könnt ihr es, glaube ich, mit dieser Angabe auch ein bisschen besser verorten. Und er war seit 1974 mit einer ganz, ganz kurzen Unterbrechung durchgängig Außenminister gewesen und Vizekanzler. Und seit 1974 war er außerdem auch Bundesvorsitzender der FDP. Das sollte er dann auch bis 1985 bleiben. Ebenso von der FDP ist Otto Graf Lambsdorff. Der spielt auch eine wichtige Rolle. Er hieß mit vollem Namen Otto Friedrich Wilhelm von der Wenge. Graf Lambsdorff wurde 1926 in Aachen geboren und war seit 1977 Wirtschaftsminister gewesen. Und er sollte dann noch später, das ist nicht mal für dieses Video relevant, von 1988 bis 1993 der Bundesvorsitzende der FDP werden. Ja, und dann haben wir noch Helmut Josef Michael Kohl. Naja, man nennt ihn wahrscheinlich in der Regel nur Helmut Kohl. Er wurde 1930 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Er war von 1969 bis 1976 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz gewesen. Und er war seit 1976 der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Er war bereits 1976 tatsächlich Spitzenkandidat der CDU-CSU gewesen bei der Bundestagswahl, holte auch das bis dahin zweitbeste Ergebnis der Geschichte, aber verfehlte knapp die absolute Mehrheit. Und so konnte eben Schmidt zusammen mit der FDP eben weiter regieren. Ja, und jetzt blicken wir mal auf die Wahl von 1980. Denn das war ja die Wahl, bevor es eben zu diesem Sturz von Schmidt gekommen ist. Die Ausgangslage war wie folgt. Die Union ging mit Franz Josef Strauß als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf. Kohl hat ihm den Vortritt gelassen. Und das war taktisch auch ganz klug. Denn sollte Strauß eben verlieren, was ja auch letzten Endes passiert ist, dann, das war natürlich für Kohl dann ganz gut, dann hat er innerhalb der Fraktion, nicht nur innerhalb der Fraktion, besser gesagt, auch ganz klar seine Vormachtstellung unterstrichen und musste dann eben nicht fürchten, dass dann dauernd irgendwie noch jemand aus Bayern dazwischen funkte. Das also mal zur Union. Die SPD ging natürlich mit Helmut Schmidt als Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten in die Wahl. Und die FDP ging auch unter anderem wegen Franz Josef Strauß in die Wahl mit der Aussage, dass man mit der SPD weitermachen möchte und eine Alleinregierung der Union verhindern möchte. Am Ende ist das Folgende rausgekommen. Die SPD hat mit 42,9 Prozent im Prinzip das Ergebnis von 1976 gehalten, plus 0,3 Prozentpunkte, und sie hat 218 Sitze holen können. Die FDP hat ein zweistelliges Ergebnis erzielt, plus 2,7 Prozentpunkte waren es, auf 10,6 Prozent und das reichte für 53 Sitze. Und die CDU-CSU musste 4,1 Prozentpunkte an Verlusten hinnehmen und hat 226 Sitzen bei 44,5 Prozent der gültigen Zweitstimmen geholt. Ja, damit war die Union zwar immer noch stärkste Kraft und hatte die Wahl in der Hinsicht gewonnen, aber in einer anderen Hinsicht hat sie eben die Wahl verloren, denn SPD und FDP verfügten über eine absolute Mehrheit der Abgeordneten im Parlament und machten einfach weiter. Helmut Schmidt blieb Kanzler, Schmidt bildete also sein drittes Kabinett und dieses Kabinett sollte dann am Ende 1982 zerbrechen. Ja, und jetzt nähern wir uns tatsächlich so langsam diesem Jahr 1982 an und schauen uns mal an, welche Probleme Helmut Schmidt denn in dieser Regierung hatte, denn es waren deren zwei. Das eine war der sogenannte NATO-Doppelbeschluss, den hat Helmut Schmidt selbst initiiert, der wurde am 12.12.1979 beschlossen und verkürzt gesagt ging es darum, die USA und die Sowjetunion, die sollten Verhandlungen führen zur Abrüstung und sollten diese Verhandlungen scheitern, dann sollten eben die Waffensysteme der NATO erneuert werden und verbessert werden, denn das ist ja im Osten passiert, das hat die Sowjetunion gemacht und das sollte eben, wenn diese Verhandlungen scheitern sollten, auch tatsächlich im Westen passieren. Das bedeutete auch, es sollten neue Atomwaffen in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland besser gesagt stationiert werden und das war etwas, was innerhalb der SPD umstritten war und das war auch etwas, was in Teilen der Bevölkerung umstritten war. Es gab Friedensdemos, auf denen sich doch teils ziemlich viele Leute zusammengefunden haben, der linke Flügel der SPD, Teile der SPD-Basis waren gegen diesen Doppelbeschluss und ja, Parteichef Willy Brandt, der eben früher Kanzler war, aber noch Parteichef war, der trat zum Beispiel auch mal bei diesen Friedensdemos auf und das war natürlich nicht so gut für Helmut Schmidt, das kann man sich ja denken. Helmut Schmidt erschien eben so ein bisschen wie ein Kanzler ohne Partei. Das ist natürlich sehr zugespitzt formuliert, aber irgendwo trifft das ja auch ein bisschen zu, denn die SPD stand nicht geschlossen hinter ihm, das schwächte natürlich seine eigene Person auch ein bisschen. Zumal er ja der Initiator des NATO-Doppelbeschlusses war. Und das schwächte aber auch die Regierung, beziehungsweise das führte zu Streit in der Regierung. Also es geht nicht immer nur darum, wird jemand geschwächt oder nicht, das sei mal das eine, aber das führt eben dazu, dass eben die Regierung auch zu Problemen kommt oder an Probleme gelangt, denn die FDP war klar pro NATO-Doppelbeschluss, die SPD dagegen, naja, das kann man hier schon ganz gut sehen, die waren nicht so ganz überzeugt von Helmut Schmidt's NATO-Doppelbeschluss und das war natürlich dann innerhalb der Regierungskoalition ein Problem und wir werden auch gleich noch ein Zitat sehen von Seiten der Opposition, das darauf Bezug nimmt. Das zweite Problem für Helmut Schmidt war aber tatsächlich auch das Gewaltigere, das war die Wirtschaftspolitik der Regierung. Man muss nämlich wissen, 1978, 79 kam es zur zweiten Ölkrise, das hatte aber auch Folgen für die deutsche Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit stieg an und im Laufe des Jahres 1982 ist es so, dass die Arbeitslosigkeit, zumindest bis dahin, wo es für uns interessant ist in diesem Video, auf fast zwei Millionen angestiegen ist und das war dann doch ziemlich viel. 1980 hatte man so etwa die Hälfte davon als Arbeitslose, sogar ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, und innerhalb von zwei Jahren, kann man mal zum Beispiel, wenn man 1980, 1982 parallel legt, kann man sehen, da ist deutlich was nach oben gegangen bei der Arbeitslosigkeit. Und jetzt geht es natürlich für die Regierung darum, dieser Krise zu begegnen und auch ein Konzept zu haben, wie man dagegen vorgeht. Und da hatten SPD und FDP tatsächlich andere Vorstellungen. Und diese anderen Vorstellungen wurden auch bei einem Beschäftigungsprogramm klar, das beschlossen werden sollte und 12,5 Milliarden D-Mark umfassen sollte, denn SPD und FDP hatten andere Vorstellungen, wie man es finanzieren sollte. Und Helmut Schmidt sah als Möglichkeit zur Lösung dieses Problems einfach mal die Vertrauensfrage zu stellen. Das macht man nicht alle Tage, das hat aber Schmidt am 3. Februar 1982 gemacht und am 5. Februar 1982 kam es auch zur Abstimmung. Das sollte auch nochmal zeigen, dass die Regierung geschlossen immer noch zusammenarbeitet und quasi füreinander einsteht und füreinander da ist. Denn bereits 1981 und ich meine ab dem Sommer, spätestens aber ab dem Herbst, gab es Gerüchte, dass diese sozialliberale Koalition womöglich zerspringen könnte. Und ja, es war so ein bisschen auch die Flucht nach vorne vielleicht von Helmut Schmidt, diese Vertrauensfrage zu stellen. Die hatte aber auch gewonnen, wie wir hier sehen können. 269 Ja-Stimmen zu 225 Nein-Stimmen und drei nicht abgegebenen Stimmen. Also die Regierung zeigte hier nochmal ihre Eintracht. Das änderte aber nichts daran, dass die wirtschaftspolitischen Standpunkte immer noch verschieden waren. Aber dazu dann gleich nochmal mehr. Wir sehen hier ein Zitat noch von Helmut Kohl, eben dem Oppositionsführer der CDU. Und da spielt er nochmal auf die Haltung der SPD zum NATO-Doppelbeschluss an. Er sagt, sie können in dieser Frage, und zwar bezogen auf den NATO-Doppelbeschluss, auch zu Recht von einer breiten Mehrheit des Deutschen Bundestages sprechen. Aber diese Mehrheit wird im Kern von der CDU-CSU und nicht von ihrer Fraktion gebildet. Und wie gesagt, die SPD und der NATO-Doppelbeschluss eine schwierige Beziehung. Und nur in der Vollständigkeit halber das in eckigen Klammern. Das habe ich reingeschrieben und ergänzt. Na gut, wie dem jetzt auch sei mit dem NATO-Doppelbeschluss. Das war ja nicht so ganz das Hauptproblem der Regierung. Die Wirtschaftsproblematik, die Wirtschaftspolitik war eigentlich das größere Problem. Und wie gesagt, SPD und FDP, die waren da in einigen Punkten verschiedener Meinung. Zum Beispiel auch, was die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit betrifft, was die Höhe der Staatsverschuldung betrifft. Und mit der Vertrauensfrage waren diese Probleme ja nicht gelöst. Und im Hintergrund war es dann schon so, dass Hans-Dietrich Genscher mit Helmut Kohl verhandelt hat. Wie es dann so möglicherweise aussehe mit einer schwarz-gelben Regierung. Und ich habe dann in einer Doku, als ich mir die Doku angeschaut habe für dieses Video, ja, quasi herausgehört oder mitbekommen, dass Helmut Schmidt, das sagt er selbst, wusste. Also er wohl wusste, dass Hans-Dietrich Genscher hinter seinem Rücken, beziehungsweise schon mit Helmut Kohl gesprochen hatte. Das heißt, Helmut Schmidt konnte sich schon denken, die Koalition wird wohl irgendwie zu Ende gehen. Also, und naja, die Differenzen, die waren ja tatsächlich nicht weg nach dem Februar 1982. Und Helmut Schmidt hat dann Folgendes gemacht. Er hat dann irgendwann mal seinen Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff aufgefordert, die wirtschaftspolitischen Positionen der FDP darzustellen. Und das hat der Herr Graf Lambsdorff sich nicht zweimal sagen lassen. Am 9.9.1982, schon kurz nachdem Schmidt ihn aufgefordert hat, dazu hat er ihm das Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gegeben. Und wenn man danach sucht, dann findet man gerne so Formulierungen wie Scheidungspapier. Also, das war quasi so das endgültige Ende der sozialliberalen Koalition. Und tatsächlich, wenn man sich dieses Papier anschaut, dann ist es eben ein Papier, in dem klassische neoliberale Positionen geschildert werden. Und die waren im Wesentlichen nicht vereinbar mit der SPD. Ich habe tatsächlich dieses Schreiben, also dieses Konzept nicht durchgelesen. Ich habe mir aber eine gute Zusammenfassung dazu angeschaut. Und kann euch sagen, da steht drin eine Senkung von Sozialausgaben, Einschnitte beim BAföG, Mutterschaftsgeld, Wohngeld, Erhöhung der Mehrwertsteuer, Investitionen zur Arbeitsbeschaffung zum Beispiel eben in die Infrastruktur, Senkung von Steuern für Unternehmen und, ja, ich würde auch sagen, generelle Stärkung des Unternehmertums. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man weiß, für was die SPD so steht und was da eben genannt wurde von mir, dann kann man sich denken, die SPD hat da einige Positionen gefunden, die unvereinbar waren mit ihrer eigenen Vorstellung von Wirtschaftspolitik. Letzten Endes ist es so, dass Helmut Schmidt bereit ist, die FDP-Minister zu entlassen. Die FDP-Minister kommen dem durch einen eigenen Rücktritt am 17. September 1982 zuvor. Und die vier Minister, die die FDP gestellt hatte, die waren dann raus aus der Regierung. Die FDP war auch raus aus der Regierung. Die SPD führte eine Minderheitsregierung. Und jetzt war natürlich schon klar, die FDP zielt darauf, mit der Union zusammenzugehen. Und deswegen kam auch ziemlich schnell der Begriff des Verrates auf. Es wurde eben gesagt, doch eigentlich verrät doch die FDP das, wofür sie eigentlich 1980 in den Wahlkampf gegangen ist, nämlich mit der SPD weiterzumachen und eben nicht mit der Union zu koalieren. Und dass einige das nicht so gut fanden, was die FDP gemacht hat, das konnte man dann neun Tage danach sehen, am 26. September 1982. Die FDP flog nämlich zum ersten Mal aus dem Hessischen Landtag raus. Sie hat sich mehr als halbiert gehabt. Sie ist auf 3,1% gefallen, war nicht mehr im Landtag vertreten. Denn die damalige sozialliberale Koalition in Hessen, die konnte dann somit eh nicht weitermachen. Ja, und die FDP musste da schon einen ersten Preis dafür zahlen, was sie da in Bonn eigentlich begonnen hat. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Wahlschlappe da in Hessen, hielt die Parteiführung eben Genscher und eben auch Lambsdorff daran fest, das jetzt auch durchzuziehen, dieses konstruktive Misstrauensvotum, auf das es eben hinauslief, dann am Ende auch zu vollziehen. Und es geschah tatsächlich auch am 1.10.1982. Es gibt bis zur Aufnahme dieses Videos am 5. November 2023 nur zwei konstruktive Misstrauensvoten, die jemals in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt worden sind. Das eine ging gegen Willy Brandt und wurde, oder beziehungsweise war nicht erfolgreich. Und das zweite war eben das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Und das war erfolgreich. Helmut Kohl sollte am Ende des Tages eben als neu gewählter Kanzler rausgehen. Allerdings, und das muss ich an dieser Stelle sagen, die FDP war sich da nicht einig, was diesen Regierungswechsel betrifft. Das werde ich euch jetzt noch darstellen. Zunächst auch mal hier erstmal ein Zitat aus dieser Parlamentsdebatte. Helmut Schmidt verweist noch mal unter anderem darauf, dass die FDP doch eigentlich bei der letzten Bundestagswahl auch mit seinem Namen Werbung gemacht hat, Wahlwerbung gemacht hat und auch deswegen ein sehr gutes Wahlergebnis eingefahren hat. Also hier wird noch mal darauf verwiesen, naja, eigentlich, lieber FDP, wolltet ihr doch vier Jahre lang weiter die sozialliberale Koalition durchführen und fortführen. Und jetzt könnt ihr doch nicht einfach diesen Koalitionsbruch begehen und wirklich zur Union übergehen. Natürlich war klar, man kann zwar reden und kann seine Argumente bringen, aber wenn die FDP entschlossen ist, den Wechsel zu vollziehen, dann wird das auch passieren. Die Frage war aber tatsächlich, ist das so okay mit diesem Wechsel? Und das ist hier dieses Zitat von Hildegard Hambrücher, das eben zeigt, was da vielleicht Bedenken waren, die man hatte. Sie sagt, ich finde, dass beide dies nicht verdient haben, Helmut Schmidt ohne Wählervotum gestürzt zu werden und sie Helmut Kohl ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen. Also es war tatsächlich eine Frage, sollte es nicht eigentlich Neuwahlen geben, bevor man eben einen Kohl zum Kanzler macht, oder kann man das einfach so machen? Also rechtlich gesehen war das überhaupt kein Problem. Das konstruktive Misstrauensvotum ist im Grundgesetz beschrieben. Das heißt, es war überhaupt kein Problem, dieses konstruktive Misstrauensvotum durchzuführen, aber es war trotzdem die Frage, soll man das jetzt so anwenden, ohne Neuwahlen vorher durchzuführen? FDP und Union hatten nämlich beschlossen, keine Neuwahlen durchzuführen, um dann die Kanzlerschaft zu erlangen, also von Seiten jetzt natürlich der CDU, um die Kanzlerschaft zu erlangen, sondern man wollte wirklich dieses konstruktive Misstrauensvotum durchführen und dann zeitnah Neuwahlen durchführen. So wurde es ja tatsächlich auch gemacht. Und es gab eben Bedenken in Teilen der FDP gegen dieses Vorgehen. Aber nicht nur dagegen gab es eben Widerstand gegen dieses konstruktive Misstrauensvotum, Misstrauensvotum, sondern, ja, wie zum Beispiel auch Gerhard Baum schreibt, beziehungsweise nicht schreibt, sondern wie er gesagt hat, ist es so, dass er nicht dafür spricht, dass man jetzt den Koalitionspartner wechseln sollte. Also es war nicht so, dass die FDP sich da einig war, tatsächlich diesen Koalitionsbruch durchzuführen und mit der Union zusammenzugehen. Nichtsdestotrotz, das war eine Minderheit und deswegen reicht es am Ende für Helmut Kohl, um Kanzler zu werden, denn das konstruktive Misstrauensvotum hatte Erfolg. 249 Stimmen waren nötig, 256 waren es dann am Ende für das konstruktive Misstrauensvotum, 235 waren dagegen, vier enthielten sich, zwei wurden nicht abgegeben, Helmut Kohl wurde Kanzler und zwar der sechste der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt schauen wir nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft, denn die FDP musste diesen Koalitionswechsel tatsächlich doch hart bezahlen bei einigen Landtagswahlen. Das können wir hier sehen. In Hessen, das haben wir ja schon eben gesehen, hatte man es nicht mehr geschafft, in den Landtag reinzukommen. Man ist rausgeflogen und hat sich mehr als halbiert. In Bayern flog man auch aus dem Landtag raus im Oktober 82, also kurz nach dem konstruktiven Misstrauensvotum. In Hamburg, da gab es 1982 bereits eine Wahl, ist es auch so, dass man deutlich schlechter abgeschnitten hat. Man hatte 4,9 Prozent 1982 bei der ersten Wahl, dann 2,6 Prozent eben im Dezember 82. In Rheinland-Pfalz ist man aus dem Landtag rausgeflogen und auch in Schleswig-Holstein ist man rausgeflogen und hat mehr als die Hälfte seines Stimmenanteils verloren. Also die FDP hat einiges entfedern lassen müssen, aber es gibt etwas, was ganz erstaunlich ist und das hat mit dem 6. März 1983 zu tun, denn da fand nicht nur die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt, sondern auch die nächste Bundestagswahl. Also es war tatsächlich so, nachdem Helmut Kohl Kanzler geworden ist, im Zuge dieses konstruktiven Misstrauensvotums, hat man sich dann relativ zeitnah aber auch entschieden, die Vertrauensfrage zu stellen, damit sie verloren geht von Seiten eben der Union, damit der Bundestag neu gewählt werden würde. Also es war jetzt nicht so, dass man bis zum Ende der Legislaturperiode durchziehen wollte, das war schon klar. Und tatsächlich hat das auch funktioniert, Kohl hat die Vertrauensfrage gestellt, Kohl hat das Vertrauen dann eben nicht bekommen, aber ganz bewusst nicht bekommen. Der Bundespräsident Karl Carstens hat dann den Bundestag tatsächlich auch aufgelöst und es kam zur vorgezogenen Neuwahl am 6. März 1983. Und wenn man jetzt diese Ergebnisse hier für die FDP sieht, dann würde man ja eigentlich erwarten, die FDP müsste aus dem Bundestag rausgeflogen sein. Ist sie aber tatsächlich nicht. Schauen wir uns mal das Wahlergebnis an. Die SPD mit Spitzenkandidat Hans-Joachim Vogel, also Schmidt trat nicht mal als Spitzenkandidat an. Die holte 193 Sitze und war 4,7 Prozentpunkte schlechter als bei der Wahl 1980. Die Grünen schafften es erstmals in dem Bundestag mit 5,6 Prozent. Die FDP blieb mit 7,0 Prozent ziemlich sicher im Bundestag drin und die CDU holte mit 48,8 Prozent ihr historisch gesehen zweitbestes Ergebnis, auch bis heute. Ja, und dieses Ergebnis der FDP mag tatsächlich verwundern, denn sie hat ja eigentlich einige Wahlklatschen bekommen, auch am Bundestagswahltag selbst in Rheinland-Pfalz, aber im Bundestag ist sie verblieben. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum war das denn so? Und ich will nur kurz etwas wiedergeben, was ich vor langer Zeit mal dazu gelesen habe, denn ich habe ja auch mein eigenes Video zu Bundestagswahl 1983 gemacht und da hieß es, naja, viele fanden es zwar nicht gut, was die FDP gemacht hat, aber viele wollten eben auch nicht, dass die Union eine Alleinregierung am Ende des Tages hat. Und deswegen haben wohl einige doch wieder die FDP gewählt, die eigentlich die FDP nicht wählen wollten. Ist nur eine Ansicht, was da passiert sein könnte 1983. Fakt ist, die FDP ist im Bundestag verblieben. Womit ich jetzt dieses Video abschließen möchte, ist noch eine Sache, die ich eben nicht gesagt habe. Diese Bundestagsdebatte am 1.10.1982, das war ja so etwas auch wie jemanden vorverendete Tatsachen stellen, aus Sicht für manchen in der FDP. Denn die FDP-Spitze, Genscher und Lambsdorff, die haben das natürlich auch eingefädelt und viele in der FDP wurden damit wohl auch überrascht. Und viele waren eben auch dagegen. Es waren nicht so wenige Leute, die das nicht so gut fanden, was die FDP da gemacht hat mit dem Regierungswechsel. Und es ist tatsächlich dann so weit gekommen, dass sich auch ein Flügel von der FDP abgespalten hat, im Wesentlichen der Linke, der sozialliberale Flügel. Und letzten Endes ist es so, dass rund ein Drittel der Mitglieder durch diesen Koalitionswechsel von der FDP verloren gegangen sind. Also das war schon ein größerer Aderlass von Seiten der FDP. Am Ende, das kann man hier auf Bundesebene sehen, hat es die FDP aber geschafft, 1983 wieder in den Bundestag zu kommen. Sie hat auf Landesebene einige Niederlagen einstecken müssen, infolge eben dieses Koalitionswechsels. Aber nichtsdestotrotz hatte eben die Parteispitze daran festgehalten und hat das eben dann auch bis zum Ende durchgezogen. Das soll es für heute mit dem Blick in die Vergangenheit gewesen sein. Und damit setze ich abschließend einen Punkt.